Mein Name ist Michael Hanke. Wir sind hier in Hofstetten. Wir sind eine Schreinerei und unsere Hauptaufgaben sind, wir montieren Dachfenster, Garagentore, Fassadenfenster, Haustüren, verlegen Böden, montieren Zimmertüren und eigentlich der komplette Innenausbau ist so unser Kerngebiet. Zudem haben wir auch noch eine Schreinerei, wo wir Möbel bauen, oder eben Spezialanfertigungen fertigen können, Einzelstücke, Küchen und so weiter. Für mich war das eigentlich schon von klein auf klar, weil der Papa mich eigentlich da schon immer auch mit eingebunden hat, von klein auf. Also ich war schon, wie ich im Kindergarten, Grundschule war, Nachmittag hier mal mit in der Firma und durfte hier halt irgendwas basteln, schleifen und so habe ich da halt schon so meinen Gefallen dran gefunden und so war das eigentlich auch relativ schnell für mich klar, dass ich da mit in den Familienbetrieb einsteigen möchte. Wir sind auf Wörmann gekommen, weil er halt verschiedenste Anhänger anbietet und wir quasi im Prinzip drei ganz verschiedene Anhänger haben, aber alle vom gleichen Hersteller und das hat uns einfach überzeugt und darum haben wir bei Wörmann gekauft. Wir haben drei Wörmann Anhänger. Zum einen ist das ein Tieflader, der 4,50 Meter lang ist. Auf dem transportieren wir hauptsächlich Fenster, weil der halt schön niedrig ist. Da brauchen wir uns nicht plagen, die schweren Fenster so weit runter zu heben. Dann haben wir einen Unilader und drei Seitenkipper in einem. Den haben wir einmal zum Garagentorre transportieren und auch um mal Bauschutt abzukippen, Müll zu entsorgen. Genau und dann haben wir noch einen Kofferanhänger zum Möbeltransport, Zimmertüren, Boden. Wir nutzen die Hänger eigentlich sehr vielseitig. Beim Unilader ist eigentlich das Beste, dass wir eben sehr flexibel damit sind. Also wir können mit dieser Maschinentransporter-Funktion, können wir eben ihn einfach als Auffahrraum benutzen und können so schwere Sachen einfach ebenerdig, sagen wir mal, hochtragen, damit hochlaufen und müssen eben keine Stufe hoch. Und die Drei-Seitenkipper-Funktion macht uns halt sehr flexibel in der Hinsicht auf Müll- oder Bauschuttentsorgung. Wir können den Bauschutt auf der Baustelle aufladen und können ihn dann einfach in der Deponie abkippen. Mit der Marke Wörmann verbinde ich verschiedenste Anhänger, die verschiedensten Bedürfnissen angepasst sind und einfach ein großes Angebot an Anhänger, das auch vor Ort bereitsteht, das jederzeit verfügbar ist. Wir interessieren uns aktuell noch für einen Drehschemel-Anhänger, weil wir eben viele Fenster transportieren und wir da einfach flexibler sind beim Transport. Durch das, dass der Drehschemel-Anhänger nicht hinten das Gewicht auf die Zugmaschine bringt, können wir auf dem einfach flexibler laden und eben durch die Länge auch mehr aufladen. Wir waren mit dem Service bei Wörmann eigentlich immer gut zufrieden. Wir waren eigentlich immer direkt vor Ort und haben uns die Hänger quasi rausgesucht und dann auch direkt mitgenommen. Am meisten mag ich an meiner Arbeit, dass sie extrem vielseitig ist. Also wir machen ja wirklich von Fußböden verlegen über Dachfenster bis Garagentore wirklich alles und bei uns wird es nie langweilig. Wir haben jede Woche andere Aufgaben und auch mit unserem Team. Wir können super im Team miteinander arbeiten und haben da echt eine Gaudi auch einfach. Wir sind Anhänger.